Ich bin Julia und ich komme jeden Tag sehr, sehr gerne hierher arbeiten auf Herisau. Was mir hier in Herisau speziell gefällt, ist, dass wir sehr individuell Frauen mit unseren ganz individuellen Hebammaskills betreuen dürfen. Ich habe z.B. zusätzlich noch eine Akupunkturausbildung gemacht und kann auch noch tapen. Was ich sehr schön finde und auch das Ausergewöhnliche am Beruf ist, ist, dass man nie weiss, was auf einem zukommt. Jeder Tag ist anders und man weiss auch nie, was an diesem Tag noch alles passieren kann. Das Privileg, die Pärchen oder die werdenden Eltern rund um die Geburt, das Wochenbete und zum Teil schon in der Schwangerschaft zu betreuen, erfüllt mich mit sehr viel Freude und macht mich auch etwas stolz.